Hallo und herzlich willkommen zu unserem 40. Monatsrückblick, unter anderem mit diesen Themen. Nachgefragt, 900 Meinungen zur Campusqualität. Bühnenreif, Theateraustausch mit Frankreich und interviewt, Dozentin wirbt für interkulturelles Training. Unser Themenspecial auf Englisch. Für unsere internationalen Studierenden und Wissenschaftlern vermittelt die Uni interkulturelle Kompetenz in Workshops. Warum das wichtig ist und was da passiert, das erzählt uns die Dozentin Katja Striegler. Das ist der wichtigste Teil des Lebens und lernen, wie die Situation zu dealen. Und das ist warum Ihr Office von Diversität und Equal Opportunität hat uns, Migra e.V., zu machen interkulturelle Training für Ihre internationalen Studierenden und Wissenschaftler. In unserer Workshops, we covered a number of topics, but we mainly focused on two different areas. The first area being self-reflection, that is, discussing our own cultural identity and learning about how much culture influences our perception, our behaviour, our way of thinking. And also discussing all the changes we go through when living abroad. And the second area was dealing with intercultural situations. That means things like working in multicultural teams, but also what are the expectations when working and studying in German academic life. We got really positive feedback concerning our intercultural workshops. And I think that's mainly because it's a very interactive workshop. We do not only give talks, but there are a number of activities and discussions. And I think people can strongly identify with the topics we discuss, because they go through that process of intercultural learning. So yes, people were, I think, quite satisfied with what we did. We definitely plan to offer more of those intercultural training workshops. We haven't set any dates yet, but as soon as we have, I think the Office of Diversity and Equal Opportunities will inform all international students and researchers. Familie und Studium zur gleichen Zeit, kann das funktionieren? An der Uni Rostock schon. Wir wurden am 20. Juni bereits zum dritten Mal mit dem Zertifikat für familiengerechte Hochschulen ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung von Bundesfamilienministerin Dr. Katharina Barley für eine familienbewusste Personalpolitik und familiengerechte Arbeits- und Studienbedingungen. Wir freuen uns, dass wir erneut dieses Zertifikat erhalten haben und wollen auch in Zukunft unsere Familienfreundlichkeit weiter stärken, so unser Rektor Wolfgang Scharek. Zurzeit profitieren rund 2000 Beschäftigte von familienbewussten Maßnahmen wie Kinderbetreuungseinrichtungen und Studien- und Arbeitszeitflexibilisierungen. Auch für die Zukunft sind weitere Projekte geplant, zum Beispiel die Einrichtung eines Familienbüros und der Ausbau der Beratungsleistungen. Unser Campus soll schöner werden, so könnte das Motto des laufenden Projekts Campus Lernräume verstehen lernen lauten. Ein Projektteam der Universitätsbibliothek erfasste zwei Wochen lang mittels einer Online-Befragung den Ist-Zustand des Südstadtcampuses und erfragte zugleich Wünsche und Ideen der Studierenden. Ziel ist es, den Südstadtcampus zu einem Lern- und Lebensraum zu machen, an dem sich alle Studierenden wohlfühlen. Rund 900 Fragebögen und 100 Seiten reines Textfeedback liegen dem Team nun zur Auswertung vor. Die Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht. Sie dienen der Entwicklung von hilfreichen und realisierbaren Maßnahmen. Die Vorschläge werden mit Studierenden diskutiert und umgesetzt. Wer sich für Schachttische, Bewegungsangebote oder Outdoor-Lernräume interessiert und mit anpacken möchte, kann sich bei Jens Ilk, Fachreferent der UB, melden. Raus aus dem Hörsaal und rein in die vielfältige Landschaft von Literatur, Kultur und Sprache. Das macht der Theateraustausch zwischen den Universitäten Rostock und Nantes in Frankreich seit fünf Jahren möglich. Im Mai fuhr die hiesige Gruppe nach Nantes, im Juni kam das französische Ensemble nach Rostock, um auf der Bühne 602 am Stadthafen zu spielen. Das Besondere, die Studienensemble spielen in einer für sie jeweils fremden Sprache. Die Studierenden der Philologie lernen dabei viel über die Konzeption und Inszenierung von Theater und setzen sich intensiv mit der französischen Sprache auseinander. Organisiert wird das Projekt vom Romanistischen Institut und findet auch im nächsten Jahr wieder statt. Lehramtsstudierende der Uni nahmen im Sommersemester an einem spannenden Projekt vom Institut für Berufspädagogik in Kooperation mit der AWO-Teil. Sie halfen Jugendlichen mit Fluchthintergrund bei der Berufswahlentscheidung und bei der Praktikums- bzw. Ausbildungsplatzsuche. In der Veranstaltung bekamen die Studierenden einen Einblick in die berufliche Integrationsförderung und wurden für die Problemlage von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sensibilisiert. Dabei profitierten auch die jungen Geflüchteten. Sie knüpften Kontakte mit Menschen aus der Region und erhielten individuelle Unterstützung im Rahmen des Ausbildungscoachings. Die Veranstalter sind vom Erfolg des Projekts überzeugt. Allein durch den Kontakt zwischen den jungen Menschen wird schon viel Positives bewirkt. Für das kommende Wintersemester ist eine Fortsetzung des Projekts geplant. Und nun zum Sport. Liebhaber des Boxsports konnten Anfang Juni ein Groß-Event genießen. In der OSBA-Arena fanden die 14. Deutschen Hochschulmeisterschaften im Boxen statt. Zum ersten Mal war der Hochschulsport der Uni Rostock Ausrichter der Meisterschaft. Und bei ca. 100 angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern aus 48 Universitäten gab es viel zu organisieren. Über drei Tage lang wurde in den Ringen um den Sieg gekämpft. Für unsere Uni sprangen dabei ein erster und mehrere zweite Plätze heraus. Jeder, der sich in den Boxring traut und einmal erlebt hat, wie intensiv drei Runden Boxen sein können, hat meinen Respekt verdient. So Trainer Clemens Busse. Über das durchweg positive Feedback zur Organisation freute sich auch Hartmut Preuss, Leiter des Hochschulsports. Und nun zu den Ankündigungen. Am 6. Juli wird in der Schillerstraße der Denkstein für Else Hirschberg enthüllt. Die Würdigung für die erste Chemieabsolventin findet ab 17 Uhr im Max-Samuel-Haus statt. Für Entspannung sorgen die Yoga-Kurse im Botanischen Garten. Diese finden bis zum 30. August jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr statt. Und ab Mitte Juli werden neue Moderatorinnen und Moderatoren für den Monatsrückblick gesucht. Bewerben könnt ihr euch per Mail an videovision.uni-rostock.de. Das war unser Themenrückblick auf den Monat Juni. Wir verabschieden uns in die Sommerpause und auch ich möchte mich als Moderatorin von Ihnen verabschieden. Ich danke dem Video Vision Team für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Wir wünschen allen eine erholsame und schöne vorlesungsfreie Zeit. Tschüss und Goodbye! Tschüss und Goodbye! Tschüss und Goodbye! Tschüss und Bye! 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 Tschüss und Bye!